auf der arena bin jetzt aber kurz weg ich muss mir nämlich was zu essen aber du hast auf neuersten gestartet er nicht so wie ich nur probiert und das wäre was mitbringt und ich bin gleich kann ich nachgucken was macht also schönes lernen war noch drei träger nachkommen Erika bestätigte sein sein globen ist es nicht weil das so scheiß wohl grüß natürlich gehen nur zwei hits drauf wow wieder bestraften habe ich nicht schneller umringen als so erika rede mein Name ist erika und ich bin ziemlich stupid also bitte kämpfen okay wow ein victory bell das mal fuhri schweifen eigentlich hätte ich es lieber wenn mich das rieger saugert hinten power was ist denn hinten power die sind immer effektiv dann ist das echt ne hinten power elektro ja okay gegen wasser und flug gut wenn du mich mit einer ineffektiven hinten power eingreifen willst dann macht das ich weiß es nicht so ich lass mal die shit aus nein eigentlich so ist es nicht mein doch erstmal mehr früh schweiz man lernt aria das jahr coole attacke ich bin 41 und zeit gegen mehr vor ist wahrscheinlich dass das eine ich aufgepasst der volkschlau von erika letzte auch egesammerz einsetzen würde aber das war energie ball wieso setzt die energie ball ein wieso habe ich energie ball nicht ja misst die attacke die war wirklich nicht da ich gehe auf zack erpanisch kommt das reichen weil ich muss ich jetzt für den früß wird man ja das jetzt laufen geht lassen sich auf die fuhr schweiz vielleicht trefft ich auf der schwarze 3 ja hier ist das schön rieter das ungewöhnlich wir auf unser radicator band mit einem body track oder risiko täglich weiß ich was das ist das risiko täglich das kann man ja nicht sich anhören wenn wir beide nur das halt war sie sagt nichts und das ist ja gut dann muss ich sagen was passiert war der schaffte tage das besser als das besser ja und das die videos er weiß das dumme stück was haltet ihr denn von den neuen pokémon habt ihr die schon gesehen nein will ich auch wissen ja wieso weil ich verstehe leute nicht die denken dass das irgendwie spoilers und weil im endeffekt kauft man sich das spiel doch wegen dem pokémon aber ich will die pokémon so aber manche verstehen jetzt ja nicht wenn er wenn er nicht sehen will dann ist das ist es okay aber ja gut dann kann ich ja jetzt nicht wirklich darüber jetzt reden ich bin ja und ja weg den racer lief das war ich für den spezialgriff ja so durch startet auch gleich jetzt bekämpft jetzt kämpft arsch gegen mich oder ja ja gut gegen den bräumen area das nicht das ist ein böser mensch und da steht ganz toll und der tut voll weil sie hat nur ein pikachu ich bin wieder da und es ist ein teil und mist erstmals die paula drauf und die egel sahen und die ganze ekelhaft toll wie geht so bei dir voran ja gar nicht gerade ich frage ja weil ich wissen will warum soll ich dann schon ich brauche deine hilfe irgendwann also nicht jetzt aber irgendwann ja ja dann kannst du mir helfen ja gar nicht wie ich kann muss nur mit der punkte tauschen und dann wird zurücktauschen irgendwann jetzt noch nicht ein teil worden hättet natürlich vielleicht hätte ich doch mein aria das mit zack hat gebraucht wer weiß welches pokémon musst du denn tauschen was hast du denn zu einem ja doch habe ich ja nicht ja was würdest du dir den holen dreise ich gehe auf den sachen ich habe den bruchmann tauschen du sagst würde ich doch was fragst du sagst du bist wie ein gengal oder was mir dort würde niemand würdeREAM vermutet dass wir haben bei der fälle muss das ärgert mich was ist das mit pikachu auf welchem level wenn ich dem überhaupt kein schaden sind keine ahnung ich habe kaputt gemacht es kann einfach surfer draußen habe ich auch gesagt aber ich habe ich gehe manchmal davon aus dass du wenigstens irgendwann mal zu lassen ja ich hätte gern milchkreis fest macht es fertig nein bloß nicht der alte sagt kann bei john hätt ich wäre arias am leben hätte bei sport gewonnen die egel haben machen das bekannten ein egel sahen mehr und dass die katze verkaufen aber du hast du kackt oder natürlich außerdem ist nein wie viele kp hatte das die katze bei dir noch bei mir hat es so ungefähr acht ich habe gewonnen was gar nicht so ja stimmt wenigstens dann ist natürlich eine geile fähigkeit ich hätte auch so gewonnen weil wir eingesetzt und ob man blitzer aber dann ist man sie haben drauf gehabt ja ja das ist auch so wir haben hier sogar lieber gewesen wenn magnetilo nicht die gab es über dann hat man blitzer und so ja ja die xp war traurig das ist auch voll heftig die leechs sieht haben mein magnemite fast volles voll geheilt voll heftig alle Ba-ba-la-ba-la-ba-lam, ba-ba-lam.